Wir sind bei den Alpakas und Lamas zum grünen See in Tragös. Unser Hof ist drei Kilometer vom grünen See entfernt. Wir haben derzeit 41 Alpakas, zehn Lamas und zwei Großkamele. Wir haben einen Hofladen mit Alpakaprodukten. Wir bieten Wanderungen, Tierbegegnungen, Alpaka-Yoga, Fotoshootings, Lama-Wanderungen. Wir haben Gästezimmer. Wir sind durch unser neues Kassensystem auf Global Payments gekommen. Wir haben einfach ein Bankomat-Kassensystem gesucht für unseren Hofladen, für unsere Zimmer und für unsere Wanderungen. Wir klären schon vorher am Telefon dem Kunden ab, ob er eine freie Netzwerkdose hat. Beim Immobilien ist es eigentlich ziemlich einfach für uns als Techniker, aber auch für den Kunden. Wir bereiten das schon vorher vor mit der SIM-Karte und laden die ganze Software runter. Wir kommen zum Termin hin und schulen den Kunden ein, dass er sich gut auskennt. Ja, grundsätzlich eine halbe Stunde mit der Einschulung mit allem. Also wenn der Kunde zum Beispiel eben Papier braucht, Druckerpapier für die Terminals, ob das jetzt mobile oder stationär ist, die können wir auch ihm verkaufen eben. Ich habe es jetzt sehr einfach gefunden von der Erklärung. Ich glaube, wir werden mit dem total gut zurechtkommen. Wir nutzen zusätzlich das mobile, das Chipitom. Das nutzen wir für unsere Gästezimmer. Also sind wir einfach flexibel in der Bezahlung und können das mit dem Smartphone machen. Wir suchen die Bezahlung und können das mit dem Smartphone machen. Wir suchen die Bezahlung und können das mit dem Smartphone machen. Check es an die Bezahlung und kann das mit dem Smartphone machen. Aber die Bezahlung und können das mit dem Smartphone machen.